Leute, ich weiß, dass viele von euch da draußen diese Show schauen und kein Bitcoin haben. Das überrascht mich. Sogar meine Mitarbeiter haben kein Bitcoin. Und gestern habe ich ihnen den ersten Schritt gezeigt, um etwas Bitcoin zu bekommen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ein Konto bei einer Börse eröffnen. Und das haben sie gemacht. Genau. Und das ist es, was ihr auch tun müsst. Ihr müsst einfach nur ein Konto bei irgendeiner Börse eröffnen. Ich werde vorschlagen, weil wir mehrere verschiedene Börsen ausprobiert haben und ich entschieden habe, welche für euch am besten ist. Und das ist okax.davinci15.com. Das ist die Börse, die ihr nutzen sollt, um Bitcoin zu kaufen. Das ist die beste von allen, die ich habe und die ihr in der Beschreibung sehen könnt. Oxdavincij15.com ist die, zu der ihr gehen solltet. Nochmal, okax.davincij15.com. Macht einfach den ersten Schritt. Eröffnet ein Konto. Das ist alles. Macht sonst nichts. Versucht nicht, Geld einzuzahlen. Macht den ersten Schritt. Richtig? Denn viele von euch, Joe, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gut. Eine Sache, nur eine Sache bitte ich euch zu tun. Ich bitte nicht darum zu kaufen. Ihr solltet sofort nach der Kontoeröffnung kaufen. Aber macht nicht mal das. Eröffnet einfach das Konto. Das ist alles. Nichts anderes. Irgendwann kauft ihr an einem anderen Tag. Aber ihr macht den ersten Schritt. Denn glaubt mir, ihr wollt nicht einer dieser Leute in der Zukunft sein, die es bereuen, in der Vergangenheit Bitcoin gekauft zu haben. Hier, ihr wollt nicht diese Person sein. Denn so viele Leute kommen zu mir und sagen mir, dass ich nicht diese Person sein soll. Okay. Wir werden jetzt eine technische Analyse von Bitcoin und Ethereum machen. Das mache ich normalerweise in meinen Videos. Normalerweise habe ich irgendwelche Nachrichten, aber ich werde direkt in die TA einsteigen, weil Bitcoin gepumpt hat. Genauso wie Ethereum, das seit gestern stark gestiegen ist. Also werden wir darüber sprechen. Und was zu tun ist, wie man es handelt. Und wenn ihr am Handel mit Bitcoin interessiert seid, denke ich, dass Bybit immer noch das Beste dafür ist. Es ist einfach nicht das Beste, um Bitcoin zu kaufen. Denn das haben wir tatsächlich ausprobiert und es war nicht so gut. Tut mir leid. Sorry Leute. Ich weiß, ihr seid meine Affiliates. Aber ihr wisst ja, die Wahrheit, die Wahrheit ist die Wahrheit. Richtig. Und so ist es eben. Wir haben es versucht. Wir haben es nicht geschafft, Bitcoin mit Bybit zu kaufen. Richtig. Aber ihr könnt. Wisst ihr, wenn ihr Krypto habt, könnt ihr es bei Bybit.davinci.j15.com einzahlen. Und ganz einfach mit dem Handel beginnen. Okay, damit gesagt, lasst uns zu den Charts gehen. Lasst uns RAN zoomen, damit ihr besser sehen könnt. Jetzt mache ich ein Fibonacci Level, um zu sehen, wohin wir möglicherweise zurückgehen könnten. Gestern in der Moon Show, falls ihr zufällig zugeschaut habt, waren wir ungefähr hier in diesem Kerzenbereich bei etwa 36.000 Dollar. Und ich habe gesagt, und Karl war sehr bärisch, richtig? Kurzfristig, was bedeutet, dass Bitcoin insgesamt höher geht. Aber er glaubt, dass es eine 60-prozentige Chance gibt, dass Bitcoin auf 31.000 fällt. Und ich glaube, es ist eine 40-prozentige Chance, dass es auf so viel fällt, also darüber war der Streit. Also habe ich in dieser Show zu allen gesagt, okay, nehmen wir an, Karl hat recht. Das nächste, was mit Bitcoin wahrscheinlich passieren wird, ist, dass es näher oder über 38.000 steigt, bevor es fällt. Und hier sind wir. Also, was tun wir jetzt? Richtig, was können wir mit dieser Information jetzt tun? Wo es, wisst ihr, gepumpt hat, verkaufen wir Short, gehen wir Long. Was ist die Antwort? Nun, die Antwort basiert auf historischen Fakten, historischen Beweisen. Es gibt keine Garantie, dass das, was ich euch jetzt sage, funktionieren wird. Nur historisch gesehen ist es so passiert. Also, damit gesagt, zeige ich euch etwas. Ich werde hier eine Anwendung der Namenscoini geöffnen. ReachDick und ich öffne hier eine alte Langsee-Chart. Ich denke, ihr habt das schon viele Male zuvor gesehen. Was normalerweise mit jeder Art von Vermögenswert passiert ist, dass wir wieder zurückgehen, zurückgehen. Wir müssen nach links schauen, um zu sehen, wie weit runter. Also, wenn wir runtergehen, was basierend auf, oh, schaut euch das an, all diese grünen Kerzen. Also, besteht die Chance, dass wir all diese supergrünen Kerzen bis zum letzten Mal, als wir von diesem Punkt aus eine Umkehr hatten, zurückverfolgen. Und das war hier ungefähr bei der 16.000, 17.000 Dollar Marke, richtig, auch hier. Ja, bei den 13.000 war es eine Möglichkeit, aber, ja, wir haben viel früher umgekehrt. Und so müssen wir dasselbe tun. Schaut nach links und ihr könnt im Allgemeinen sehen, was der Markt tut. Er kehrt um. Lasst uns zur Wochenansicht gehen. Ich möchte euch auch etwas in der Wochenansicht zeigen. Ihr könnt viele rote Kerzen sehen. Wenn wir nach links schauen und im Allgemeinen, neigt der Markt dazu, all diese roten Kerzen bis zur letzten Umkehr, die passiert ist, zurückzuverfolgen. Wenn wir das, was man die Fibonacci-Sequenz nennt, zeichnen, ist es genau die 61,8. Also, wie hoch sind die Chancen, dass der Markt hier eine rote Kerze malt, was bedeutet, dass wir bis zum Ende dieser Woche ganz runter auf 31 fallen und eine rote Kerze für dieses Ende der Woche malen? Oder wie hoch sind die Chancen, dass es in den nächsten Wochen bis auf 48.000 steigen könnte? Ziemlich hoch. Das bedeutet nicht, dass es passieren kann. Es wird passieren. Es bedeutet nicht, dass es passieren wird, aber die Chancen stehen gut, dass das passieren wird. Also damit gesagt, ihr müsst hier Long gehen, richtig? Ihr müsst eure Longs halten. Wenn ihr bereits welche habt, haltet sie offen. Vielleicht setzt ihr einige Stops, wenn ihr wollt, richtig? Ihr könnt Stops setzen. Ich denke, ein sicherer Stopp. Verlust an diesem Punkt ist bei den 35.000 bis 300. Das ist ein sicherer Stopp. Wenn wir das brechen, stehen die Chancen gut, dass wir zurückfallen auf 32K. Wenn wir diesen Bereich halten, wenn wir nur zurückkommen, denn es besteht eine gute Chance, dass wir so etwas machen, zurückkommen und dann dort abprallen und dann in den nächsten Tagen weitersteigen, weil wir immer noch eine grüne Kerze in der Wochenansicht malen. Das ist das wahrscheinliche Szenario. Und damit gehe ich. Okay, über zu Ethereum. Ich denke, dieselbe Situation gilt, leider. Leider sieht Ethereum, obwohl Bitcoin etwas bullischer aussieht als Ethereum, die Situation sehr bärisch aus. Warum ist das so? Was haben wir hier? Wir haben niedrigere und niedrigere Höchststände. Das ist nicht gut. Es gibt keine Möglichkeit, das anzusehen und zu sagen, dass das eine positive Situation ist. Für Ethereum. Wenn wir das hier mal eliminieren und einfach eine Trendlinie hier zeichnen, vielleicht hier eine Art Trendlinie zeichnen. Wenn wir das brechen, wäre das gut. Ihr habt eine Trendlinie hier. Also das ist perfekt. Ja, schaut euch das an. Absolut perfekt. Also damit gesagt, habt ihr eure No-Go-Zone. Ihr durchbrecht dieses Niveau, die 1917. Es ist Zeit zu gehen. Und das war's. Da habt ihr es. Ihr habt eure klaren Regeln, denen ihr für eure Trades folgen könnt. Die 1917 ist, hey, verlasst eure Long-Trades. Wenn ihr einen gehebelten Trade habt, habt ihr den klaren Ausstiegspunkt bei 35,324. Ich habe nur die Körperkerzen gewählt, weil Bitcoin dazu neigt, seine Körperkerzen nicht zu brechen. Neigt dazu. Nicht garantiert. Und ich mag das. Ich denke, dass dieses Tief ein Schlüsseltief ist. Und lasst uns hier sehen. Das ist ein 38,299, 23,6 Bereich. Wir sind auch schon einmal von diesem abgeprallt. Also stehen die Chancen gut, weil ihr sehen könnt, das war die Ausbruchszone für den letzten Lauf bis zu 38,000. Also wenn wir das brechen, ist es Adios Muchachos. Und damit müssen wir gehen. Okay, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, Leute, die das gerade live anschauen, bitte stellt eure Fragen, wenn ihr interessiert seid, das jeden Tag live zu sehen. Ich mache das jeden Tag von Montag bis Freitag. Und ihr könnt es live anschauen, während ich die TA für euch alle mache. Und ihr könnt mir sogar Fragen stellen. Tretet also heute der Gruppe bei. Okay, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.